So, ja, dann fangen wir an mit Teil 2. Weiß nicht, welche Strecke war jetzt? Was? Ne, ich nehm die. Oh Mann ey, ich will einen auch echt immer nur verarschen ey, was ist das denn? Aber ich hab mir schon gedacht, dass was passiert. Ich hab mir so gedacht, dass es passiert. Aber dann mach ich hier jetzt. Mensch, dabei waren es nur noch 2 Strecken, die man hier abfahren muss. Echt mal, wenn man schon so ein Spiel rausbringt, dann sollte man auch diesen Bug endlich mal entfernen. Naja, fahrt am besten die Strecke, da hat man, hier fällt man nicht zu oft runter. So, Strecke 12. Ja, nehmt am besten die. Ist egal, dann bremst man hier halt ein bisschen ab. Macht das, was man kann. Tja, klar noch. Klar noch. Also, jetzt, jetzt ist es aber irgendwie blöd. Was ist das denn? Der Kollege kann nix machen. So, ja. Dann haben wir es jetzt auch geschafft. Schaut auf Lads, dritten und der Champion, die Trophäe und die Platin. Wow, Wahnsinn. Das waren jetzt 15 Minuten waren das jetzt. Ne. Moment, was war das? 15 Minuten Platin. Video geht rein, nur geht 18 Minuten insgesamt. Ja, das ist jetzt Part 2. Ja. Ist leider so. Sorry.